Ja Moment, ganz ruhig, ganz ruhig, ich muss nachdenken. Also, ich nehme am besten das Schwert und das Schwert. Und die Zerstörung und den... Ja, ich töte es, komm her! Iiiiih, ich kam mit rüber! Hier, friss meine komplette Magie! Du, ich suche, verwundete Frostspinner. Frostgift, okay. Ja, ja Moment, ich... Ja Moment, das war... Cool, die gehen ein bisschen ab. Holt mich runter! Ach da! Holt mich hier raus! Ihr, hier drüben! Avel! Der Flink! Ihr habt es geschafft! Ihr habt es getötet! Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht! Wo ist die goldene Klaue? Die Klaue! Ja, die Klaue! Ich weiß, wie sie funktioniert! Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten! Ich weiß, wie alles zusammenpasst! Helft mir herunter, dann zeige ich es euch! Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nort hier verborgen haben! Gebt mir zuerst die Klaue! Sieht es so aus, als könne ich mich bewegen! Ihr müsst mich erst losschneiden! Ja... Ähm... Steigt da jetzt Erschlage-Avel? Es lockert sich! Ich kann es spüren! Dummkopf! Warum sollte ich den Schatz mit jemandem teilen? Kann ich dir erzählen! Weil ich derjenige bin... Ihr hättet nie herkommen sollen! Ich derjenige bin, der dich umbringen kann! Goldene Klaue! Avelstagebuch! Tunika! Mit Gürtel! Idiot! So schnell kann man sterben! Das ist ein gewöhnlicher Seelenstein! Ich geh jetzt noch mal zurück in die... Die Spinne hätte ich ihn ruhig umbringen können! Unifizierte Leiche! Ihhh... Das hat ekelhaft! So, jetzt gehen wir wieder hier hin! So, jetzt haben wir hier Leinentücher... Einbalsamierungswerkzeug! Das ist ja sehr... Schön und gut! Aber ich will hier niemanden einbalsamieren! Ist das ekelhaft hier! Wow! Leck! Warum? Warum? Ähm... Sonstiges... Wo ist das Tagebuch? Schriftrollen... Bücher! Bücher! Da müsste... Ihr Arbeitstagbuch! Ähm... Meine Finger zuttern! Ich halte die goldene Klaue endlich in Händen und mit ihr die Macht über die uralten Nordhelden! Dieser Schwachkopf lukern! Keine Ahnung, dass die Lieblingsdekoration seines Ladens in Wirklichkeit der Schlüssel zum Ödsturz für Grab war! Jetzt muss ich nur noch zu alle der Geschichten und die Tür aufschließen! Der Legende nach haben die Nord den Zugang mit einer Prüfung versehen, um die Unwürdigen fernzuhalten! Aber es heißt, wenn ihr die goldene Klaue besitzt, dann liegt die Lösung in der Hand! Ja... Super Wortwitz! Was? Ist das eine Bekleidung? Die... Klaue? Ich denke nicht... Dann liegt die Lösung in der Hand! Was?! Ah! Du scheiße Draube! Geh weg! Noch einer! Noch einer! Boah! Krank! Alte Nordkriegs-Axt! Alter Nord-Zweihändler! Boah! Krank! Da stehen erstmal die alten Leichen auf! Mit sowas rechnest du gar nicht! Durchsuchen! Trauben! Öh! Ah! Okay! Der steht auf! Oder? Nee! Oh, er loser Draube! Ich spüre die Macht! Ich spüre... Boah! Boah! Schießt du denn drauf! Die Nord! Oh Gott! Ich habe die Ruhe der Ahnen gestört! Die Ruhe der Ahnen habe ich gestört! Jetzt wollen sie mich umbringen! Mit... Ja! 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 Der Nordbo! Hm! Nordpfeile! Ich laufe jetzt nur eine Weile hier um! Nee, gut Möchte noch einer von euch aufstehen? Äh, nö Eine zu Komm ich nicht dran, warum? Aufschließen Scheiße Neuer Dietrich Beim letzten Stück bricht das immer ab Okay Seelenstein Aktivieren, Kette Okay, gut Naja, das wenigstens aufgehört Noch mehr Zombies? Jo Noch mehr Zombies Was ist das? Boah Hier Gnadenstoß kriegst du von mir Die mögen Boah Spinnreben, ey Ich glaub die Nords mögen mich nicht Oder wollen, dass ich hier rausgehe Okay Stell dich mir Bam Du bist kein Gegner für mich Komm Komm an hier Okay Oh Die schmale Gänge Schimmerpilz Schimmerpilz Ist das Tollschädel Oh Eine Truhe Da muss ich also runter Komm Kommen jetzt noch ein paar Trauge Ja Da Da ist er Komm Brenne So Danke Oh Nordschwert Gucken wir mal Wie Guck ich mal Wo ist das Nordschwert Ja Er hat einen Schaden mehr Tricks Gefühl Du kannst nicht rennen Tschüss Jetzt aber Ich gehe als erstes mal Hier runter Oh Eine Truhe Oh Ich muss die Truhe erst aufschließen Das ist ja wieder ein Akt Sieht man Zu weit nach rechts Bam Schlossknacken verbessert auf 17 Ja Ich bin zu Wie sieht das aus jetzt Ich bin zu Schwer Zu viel Items Bei mir Tschüss 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 Ähm Alle Seelensteine Will ich alle behalten Bekleidung So Schrott Den man nicht braucht Kann ich schon gleich besser laufen Ja Das war der Weg Kommt Ich habe jetzt ein Nordschwert Ich als Kaiserlicher Ich als Kaiserlicher Erstmal ein bisschen schwächen Das sind coole Moves Die ich machen kann Oh Oh Aufschließen Wow Beim ersten Mal Ja Ich bin so cool Ich habe es drauf Allerheiligstes Dann gehen wir mal ins Allerheiligste Okay Das hier ist also das Allerheiligste Dann müssten wir Hier eigentlich Keine Gut Geschafft Von wegen Verdammt Da meint einer mit dem Bogen auf mich zu schießen Gut Wenn du das meinst Werden wir erstmal Oh Ne Bekleidung Wo ist er Da oben Komm Trau dich ruhig Den hole ich mir jetzt erstmal Da ist er Komm Du bist ja ein Hübscher Ist das Zombies oder Sind das wirklich solche Lebewesen Weil so langsam Okay Langsam Sehen wir nämlich nicht als Zombies Sehen wir die Sehen Die mir nicht Aus wie Zombies Boah Okay Ah Schlüsselloch Das meinte er mit den Symbolen Es kann nur Neun verschiedene Kombinationen geben Und hier muss Irgendwo Ein Hinweis Auf diese Kombination Neue Stufe Stufenaufstieg Wenn du eine Stufe aufsteigst Musst du dich entscheiden Ob du deine Gesundheit Magika Oder Ausdauer erhöhen willst Außerdem kannst du dir Ein neues Talent auswählen Oder dies zu einem späteren Zeitpunkt tun Verfügbare Talente Werden in den Sternenbildern Hervorgehoben Ähm Ich bin für Gesundheit Ja Ich bin für